Digitalisierung, Fachkräfte, Investitionsschwäche und Energie, das sind die vier großen Themen. Ein wirklich wunderbares Format. Ich bin völlig begeistert. Hier werden Diskussionen ausgelöst, die dann fortgesetzt werden in München, in Mannheim, in Hamburg, in Köln und in Duisburg. Nicht eben nur die Politiker immer reden lassen, sondern in einen echten Dialog eintreten. So viele hochkarätige Leute aus Gesellschaft, aus Gewerkschaften, aus Wirtschaft und Politik zusammenzubringen, das ist schon was. Einfach mal ein neues, auch ein bisschen interaktives Format aufzulegen, das fand ich doch lohnenswert. Klares Statement, Themen, die nicht so beachtet werden. Man sozusagen daraus eine Menge machen kann, man hat eine Menge in kurzer Zeit. Sehr schön zu sehen, wie hier die einzelnen Interessenvertreter auch in kürzester Zeit auf den Punkt kommen müssen. Man kriegt ein gutes Bild davon, was immerhin die, wenn sie wollen, die Meinungsmacher in diesem Lande jetzt machen. Fand ich sehr gut. Das Besondere sind die vielen Perspektiven. Ja, ich war letztes Jahr schon hier und ich glaube, dieses Jahr ist es noch besser. Insofern tut der Politik hier das Zuhören und Mitdiskutieren gut. Sehr verdienstvoll. Die Veranstaltung hat wirklich ein Spannungsberuf von Anfang bis Ende. Die Konferenz ist ideal zum Networking, Kontakte knüpfen. Na ja, wenn der Tagesspiegel einlädt, dann kommt man natürlich, das ist doch völlig klar. Großartig, ich komme wieder. Also ich war letztes Jahr schon da und war begeistert. Das hätte ich dem Tagesspiegel so gar nicht zugetraut. Großes Kompliment. Großartig, ich komme wieder. Untertitelung des ZDF, 2020